Dann herzliches Willkommen zu Let's Play Resident Evil 4 Separate Ways. Ja, wir nehmen jetzt mal Ada und ich kaufe mir mal genau diese Waffe hier. So, natürlich werde ich alle anderen Waffen verkaufen. Ich werde nur mit der Chicago Type-Ride spielen und natürlich alles verkaufen, was ich auf dem Weg finde. So, was wir alles hier verkaufen, ja ey, wer ist das denn? Ich habe nur Platz für die Chicago Type-Ride. Wieso verkaufe ich diese geile Waffe? Ganz einfach. Weil die Chicago Type-Ride mehr... So, die Pfeile werden auch verkauft, so. Und los geht's. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. Oh, no matter what happens, I'll have to reveal myself to you and my style. No, no, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no! No, no! Ah, dieben, Madre. Hey, Kaka! Kaka, Kaka, Kaka! Ups, das war wohl nichts. Hm, sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the Parasites and finish off this little tour. Mhm, so. Ihr seht, ich habe eine Karte. Das ist das Ziel. Warte. So. Da oben ist ja was. Ihr seht, ich habe Munitione unten unten. Du wolltest mich angreifen, du Kleine. Neon, da bist du. So. Oh. Oh. Ihr kommt ruhig ne rein. Natürlich hat jeder auch hier bewährtes Messerchen dabei. Oh. So. Na, wollt ihr mich ärgern hier? So. Oh. Kriege ich hier nur den Abfall? Ach, da oben muss ich hinnehmen. Ach. Kriege ich hier nur den Abfall? Kriege ich hier nur die Wind? So, wo ist er denn jetzt? Hier muss ich hin, um die Munitionen zu kriegen. So. So. Einmal hier schnell rum. Ich weiß ja nicht, wo er gerade ist. Ruhm, Dr. Leon. Aber nicht da, wo ich gerade bin. Ich muss mal nach da oben hin, ey. So, ich muss mal kurz gucken, wo er jetzt gerade ist. Halte durch, Leon. Ich lock sie schon weg. Okay. Warte mal. Hatte ich hier nicht noch irgendwo einen Schatz? Ah, da war noch ein Schatz. Ah, ein Kauk. Warte mal, ich glaube, der Schatz war hier. Hier oben. Nee. Aber ich bin schon an der richtigen Stelle des Schatzes. Ach, im Gebäude. So. Hier war er unten. Ich hab ihn ja beinahe vergessen. Man hört ihn schießen, aber man sieht ihn nicht. So, einmal rein da. So, jetzt muss man ein bisschen Platz machen. Ich hab zu viel Munition hier aufgesammelt. So. Ich hab mich nicht wieder, dass alles in die Tasche kommt. So. Sammeln wir ja erstmal. Bevor die Schlange hier zubeißen konnte. Wir kaufen. So, weg damit. Ist er oben? So. Ah, hier ist ein bisschen Unordnung bei Ada. Eier. So, hier die Kräuter hin. Hier das Heilspray. Und da oben die Eier. Denn Ada mag Eier. So, ich sag dir, ich will hier ein bisschen Ordnung drin haben. Ah, hier ist nichts. So. So. Alles hier aufnehmen, was ich finde. Und die Böse bluten wir einmal kurz. Mit der Type-Ride. Ups. Die waren aber schnell besiegt. So. So. Einfach kurz den Schlüssel. So. Also hier ständig der Händler fliegieren. Toll. Da will man was erklären und dann kommt ihr auch noch angedackelt hier, ey. Ey, ey, ey. So. So. Kommt noch. Der hat noch nicht. Wer will noch mal. So. So. Dann wird's ja mal zeigen. Oder jetzt. Ja. Joho. Und da ist alles schön... Da drin... Der hat noch nicht. Wer will noch mal? Ach, wie lange? Gettet's kraut. Hui. So, reicht das mal. Kommt noch wer? Hallo? Kommt noch wer? Fiesta? Aha. Ach, was soll denn hier? Oh, den haben wir, den haben wir. Da vorne vor ist auch noch einer. Ah ne, da drin ist noch einer. Halt. Ordnung muss sein. Okay. Kugeln auf einer Seite. So, den kann man nutzen mit Stück. Ey. Wollte er denn nicht annehmen? Oh, haben wir den Bereich hier auch noch sauber, ey. Komm ich erst mal nur... Warte mal. Da muss ich hin. Aber bevor ich da weiterkomme, muss ich etwas anderes machen. Huch. Ey. Also. Scheiße, hättest du auch bei dir behalten können, du Schlumpf, du. Okay, das ist jetzt wieder an der verkehrten Stelle. Immer schön Ordnung haben. Das ist die AIDA-Ordnung. Huch. Ein Kettensägen, mein... 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 Ach, das war's. Na, hab die nicht zu bieten, ey. Das Ding rührt sich nicht. Irgendetwas hätte die Tür von der anderen Seite fest verschlossen. Na, da müssen wir sowieso nicht hin. Wir haben... eh gleich den AIDA- ersten Part hinter uns. Äh. Gerade einen Frosch im Hals gehabt. Oh, jetzt kommt mein Lieblingspart. Drei... 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 Vier... So. Vier... Vier... Drei... Nehmen. Kurzer Kampf. Höhöhöhöhöhöhöhöh. So. Die Gitter... So, dann nehmen wir das hier mal rein und... für den guten Leon. Oh, dann haben wir's ja gleich schon. Dann haben wir den ersten Part durch. Ey. Können wir diesen Rest hier ein? Guck mal, wer... Ach, du bist ja auch noch da. Ha. Ja, mit der Type-Rite ist es ein bisschen einfacher. Huch. Na, kommt noch wer. Hallo. So. So. Irgendwie ist hier noch dramatisch, äh, Musik. Oh. Ich geh mal nach oben. Ach, da ist noch einer. Haben wir noch... Äh, jemanden hier? Ja, die dramatische Musik will noch nie aufhören, ne. So. Das machen wir auch hier ein bisschen einsam im Jahr. Ja. Und das war das. Und das war das. So, jetzt müssen wir die Insignia nachmachen. Das heißt also, ich muss jetzt genau gucken, wie die alle angeordnet sind. Okay, der muss da hin. Zurück. Okay. Ich muss richtig gucken. Der war da. Zurück und blau. Oh, jetzt wird's richtig knifflig. Jo. Gucken wir mal, ob das geklappt hat. Perfekt. Es hat wunderbar geklappt. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Suttler. Oh. Where's everyone going? Bingo? Separate Ways. Ende des Kapitels. Trefferquote 39. Getötete Gegner 61. Here's what I know so far. Osmund Zadlus' Cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possess the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave, sensed only by the parasites, is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disproven these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There is no turning back now. Ja. Wie es bei Resident Evil 4 Separated Ways weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, euer Kommand Ganto.